Hallo und Willkommen zurück zu Train Fever in Meißner am Bahnhof. Und ich sollte natürlich auch mal laufen lassen, dann sieht man auch den Zug ausfahren. Gut, nachdem jetzt Nidda am System hängt und wirklich sehr viele von den Strecken jetzt neu sind, also man sieht es hier, wir fahren noch teilweise ordentlich Minus, und Meerenberg Nidda minus 1,3 Millionen, muss man sich mal vorstellen. Ich hoffe, da ist alles gut. Und hier, na gut, das war auch schon mal ausgeglichen. Allerdings sind Homburg Erz und Homburg Kohle inzwischen im Plus, deswegen ist es ganz gut, dass ich die Züge jetzt gelassen habe. Aber das heißt, dass ich jetzt erstmal warte, bis ich neue Linien reinnehme. Weil man muss ja nicht dauernd Minus machen. Und die Nidda-Dram ist ja auch neu, die darf also ein bisschen so sein. Gut, dann zoomen wir mal hier rüber und gucken uns das an, wie das hier läuft. Ups, und wir haben ein neues Fahrzeug. Oh, verführerisch. Die sieht sehr futuristisch aus, die A4. Gucken wir gerade mal, es ist wieder mal Dampf. 145 kmh. Oh, wie schön. Sie kostet 1,2 Millionen. Das ist also nicht allzu viel teurer. Hat natürlich höhere Betriebskosten, aber auch eine höhere Lebensdauer. Schön. Mal sehen, irgendwann werde ich es einsetzen. Aber nicht hier, das bringt wieder alles durcheinander. Gut, also es steht noch aus, das hier ja umzubauen. Ich weiß nicht, da wird es sich nicht lohnen. Es ist zu kurvig, die da einzusetzen. Aber vielleicht auf der Strecke. Weil jetzt geht es von Meissner nach Brachtal. Und ja, ich versuche das mal schnell zu bauen. Also mit Schnellzug. Prachtalz wäre reichen. Aber auch schon auf Elektro. Oberleitung Elektro. Und dann geht es wie auch eigentlich genau die Richtung. Mehr will man nicht. Maus. So. Und. So. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn ich eigentlich Gleise verlege. Aber vielleicht klappt es ja jetzt ganz gut. Das ist ja eigentlich eine Schnellstrecke, deswegen. Ach du Schande. Nicht gut. 100. Da geht 300. Ich hoffe, die geht hier auch noch. Ich habe nicht hingeguckt. So. Aber wir sind bald da. Deswegen. Oh. Oh. Hier geht es nach oben. Okay. Brachtal scheint wieder auf dem Berg zu liegen. Gut, das zu wissen. Leider einen zu hohen Berg für uns. Aber. Tunneln wir? Soll ich tunneln? Ja, ich will unbedingt nach Brachtal. Und unser Konto ist nicht allzu schlecht bestellt. So. Ich denke, es bietet sich an, die Straße hier zur Bahnhofstraße zu machen. Ich werde jetzt mal den Bahnhof einfach hinsetzen. Es ist eigentlich nur ein Kopfbahnhof. Warum ich jetzt zwei Gleise brauchen sollte, weiß ich nicht. Aber man weiß ja nie. Kann ich noch ein Stück Straße abreißen? Nein. Tschüss, tschüss und tschüss. So. Ich habe ein Stück Straße abgerissen. Ich will immer das Falsche anklicken. Und dann nehmen wir den, den hier. Ja. Und dann haben wir, jetzt habe ich schon wieder den Salat gemacht. Wie gesagt, ich und Gleise. Habe ich jetzt wieder die richtige Richtung genommen? Gut. Wir werden es sehen. Ja, ich werde es einfach ein bisschen langsamer. Bitteschön. Ein Gleis. Und da, wo ein Gleis ist, folgt bei mir meistens genau das zweite Gleis. Und das zweite Gleis kommt dann einfach mal hier hin. Wie es üblich sein sollte. Einfach mal das zweite Gleis auf eine völlig andere Stelle. Ach ja. Ich bin auf die. Obwohl hier ist ja noch nicht so wahrscheinlich, dass hier Elektro fährt, weil ich hier eigentlich schnelle Züge einsetzen will. Und mal gucken, wie sich das lohnt nachher. Aber für den Anfang kann das gut sein. So zumindest sieht es so aus. Als gäbe es keine Probleme auf der Strecke selbst. Hier am Bahnhof ist es natürlich immer noch so eine Sache für sich. Aber es sieht gut aus. Tja, jetzt ist das hier natürlich so. Kann ich das hier? Ja, geht. Jetzt habe ich es ja wieder abgerissen. So. Und dann sollte das auch nachher... Ja, hier ist ja schon. Wunderbar. Ich denke, der Punkt wird so sein, dass ich hier eine Dreierlinie aufbaue und vielleicht irgendwann noch Poppenhausen. Je nachdem, wie ich kann die Geschwindigkeit noch nicht einschätzen. Das muss ich ehrlich sagen. Und das ist natürlich die Frage, wie schnell der auf die Geschwindigkeit kommt. Aber nun ja. Ah. Ja. Ich glaube so nicht, dass hier jemals so ein schnell... Äh. jemals ein Zug mit 300 kmh durchfahren wird. Aber... Jetzt kann das. So. Und dann geben wir dem Leben mal wieder die Chance. Ja. Und dann... Aber... Ich habe gesagt, keinen neuen Linien in der Folge. Aber ich bin dafür, dass Prachttal schon mal... ...ne schöne Straßenbahn bekommt. Wie wir es von mir kennen. Wohngebiet ist da. Wir fahren so oder so da durch. Gut. Ähm. Hm. Das befällt mir nicht so. Es geht. Ah. Wieder mal ein Kreis. Auch einmal schön durchs Industriegebiet. Und danach kommen diesmal erst die Bushaltestellen, weil ich mich entscheiden muss, welche Richtung. Ich nehme den jetzt nicht so. Und dann fahren wir hier noch gerade, aber hier dann rein. Ähm. Jetzt hier auch nichts falsch machen, so nach dem Motto. Und dann... ...den Kreis schließen. Und hier hinten haben wir jetzt natürlich dann Platz für das hier. Und dann kommen die Bushaltestellen. Ganz wirklich, hier ist ja schon eine. Und ich fahre so rum. Ja. Gut, ob das für die Leute hier sinnvoll ist, mit uns zu fahren. Die hier leben, weil die einfach nur rüberlaufen müssen. Aber für die hier ist es bestimmt ein ganz nettes Angebot. Einfach mal nicht zur Arbeit laufen zu müssen. Zumindest nicht so weit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die manchmal nicht zu eng verteile. So. Brachtal. Neue Linie. Und dann geben wir da ganz einfach ein. Brachtal. Dramm. Eins. Ich habe bisher, glaube ich, noch nie einen Dramm 2 in diesem Spiel gemacht. Oder Bus 2. Aber es kann ja alles kommen. Und dann geht es hier los und wir fahren in einem schönen Kreis in der Stadt herum. Oder Rundkurs muss man es ja nennen, weil eigentlich ist es ja kein Kreis. Gut. Das war es schon. Dann werde ich auch wieder die nehmen. Fünf Stück. Und dann senden wir die aller nach Brachtal-Tram 1. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier einspielt. So. Kurzer Kostenüberblick. Natürlich. Aber Trams sind im Plus. Selbst die hier. Hier ist interessanterweise. Ach so, stimmt. Die hatte ich ja rein gemacht. Straße. Alles schön im Plus. Da muss ich vielleicht nochmal vorbeigucken, wie schnell die jetzt inzwischen sind. Aber es ist ein echt schneller Takt. Eisenbahn. Ja, da sehe ich rote Zahlen. Aber die sind wesentlich besser geworden. Kohle und Erz steigen in Homberg. Also sind im Positiven. Aber hier. Vielleicht schafft es ja der irgendwann, das alles rentabel zu machen. Meerenberg Nidder. Natürlich. Ich frage mich nur, warum das bei minus 1,2 Millionen ist. Ob ich da was falsch gemacht habe. Da gucke ich jetzt nochmal schnell hin. Der fährt hier ein. Mit 12 von 36. Ja gut, die Wagen sind wahrscheinlich teuer. Wie viele Details. Ähm. Oh ja. Was, was Gott, mich der hier pro Jahr. Na gut. Mehr. Aber der ist auch voll. Apropos. Welcher bist du? Heinburg Meerenberger. Das ist noch die Strecke. Ja, die hat noch keinen Strom. Stimmt. So, wie sieht es hier aus? Ich wollte hier ein paar Züge umbauen. Das hier war einer der neueren. Das hier auch. Die Wagen gibt es ja inzwischen nicht mehr. Deswegen suche ich diesen einen, der die Donnerbüchsen hatte, war es, glaube ich. Das war der. Wie viel hat ich da dran ging? Fünf. Fünf Donnerbüchsen. Und der hat auch fünf Donnerbüchsen. Gibt es hier überhaupt noch irgendeine Dampflok? Ich glaube nicht. Hätte ich eigentlich mal gucken können. Einfach hier. Nein, es gibt keine Dampfloks. 3,7 Millionen. Plus. Nur allein durch diese Linie. Ich denke, es war eine gute Entscheidung damals, das lang zu legen, hätte ich fast gesagt. Ja, jetzt kommen wir auch sehr schnell ins Plus. Hier bin ich immer noch. Da frage ich mich, ob das jemals im Plus sein wird. Ja. Aber Weilburg Waren schafft es am Ende des Jahres oder des Monats immer auf Plus. Und hier bildet sich mit lustiger Weise noch ein bisschen Gewerbegebiet. Muss ja auch sein. Also die Kreuzung, nenne ich es mal. Die funktioniert auch gut. Bisher, ich glaube, ich darf nicht mehr allzu viel drauf ballern. Hier waren zwölf Waren. Die anderen. Also es waren dann noch rüber. Gehen wir mal hier auf. Wo ist der Name? Da. Gedeckt und Weilburg. Wenn das auch gedeckt ist, dann ist die Erzanlage so gut. Zu gut. Oh. Hups. Jetzt fängt das irgendwie... Ja, dann wird der wahrscheinlich... Nee, momentan sendet der nix hier rüber. Oh, da habe ich es wieder ausgemacht. Natürlich habe ich es ausgemacht. Ja, er sendet rüber. Ja, meine Erzanlage hier ist noch nicht auf 100% und versorgt schon zwei Städte. Ich glaube, vielleicht Richtung Reiskirchen. Hier gibt es ja einen Güterbahnhof. Dass ich einfach das Gleis fortführe nach Reiskirchen. Kann ich ja gerade einfach mal machen. Oder? Ja, ein paar Minuten habe ich. Und dann mir überlege, ob ich das dann wirklich so machen will. Aber ich denke, es ist eine zusätzliche Geldquelle. Falls Bedarf da ist, kann es auf jeden Fall. Moment. Ja, das war jetzt schlau. Was passiert nämlich jetzt? Genau. Erstmal schön. Oh, geil. Oh. So was will man doch sehen. So mitten Bahn, weil einfach mittendrin. So, wo ist eigentlich der Bahnhof? Nicht, dass ich ihn jetzt total verpasse. Geht jetzt natürlich bergauf. Und dann vielleicht lässt sich die Strecke ja später auch nach Reiskirchen benutzen. Dass wieder Güterverkehr und Personenverkehr gleichzeitig eine Strecke benutzen. Muss halt nur gucken, wie ich das anschließe hier, weil ich habe keine Möglichkeit, keine Möglichkeit hier rüber zu kommen. Da müsste ich alles umbauen. Dass vielleicht Homberg FC hier hinten irgendwo einen zweiten Bahnhof bekommt. Und ja. Mal gucken. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist erst mal das hier. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, weil das die einen die alten Klei sind, das anderen sind die neuen. So, das fährt dann hier hin. Ja. Gut. Machen wir so. Ja, ich nähe, ich sehe, wir nähern uns dem Ende. Aber ich baue das jetzt zumindest noch so weiter aus. Und dann überlege ich mir noch, jetzt noch mal eine kurzen Aufnahmpause von zwei Minuten. Ob ich das wirklich machen will, dass ich auch noch Reiskirchen versorge. Aber ich denke. Ah Mist. Ich denke, es spricht einiges dafür. Nur dann vielleicht wirklich die schnellen Loks auch mal hier probieren. Oh. Wow. So. So. Und dann müssen wir mal gucken. Es werden immer mehr Autos. Ich finde das interessant. Ich weiß. Autos. Ich habe wieder Autos gesagt. Das heißt, ich müsste hier irgendwo einen Bahnhof bauen. Müsste dann von da. Ich baue jetzt einfach mal die Gleise hier ein Stück weiter, um dann nachher planen zu können. Weil, ob ich jetzt will oder nicht, die Gleise müssen... ...hier dran. Ach gut, schön zu wissen. Warum? Warum macht der hier so komische Konstruktionen? Weil das hier nicht als zusammen gilt, oder wie? Will ich... Interessiert es mich. Das muss ich jetzt mal gucken. Ich überziebe die Stelle völlig. So. Anscheinend galt das hier nicht... ...als eine Strecke. Interessanterweise. Habe ich wahrscheinlich irgendwo... Oh, der... Nein. Die Brücke will ich eigentlich nicht abreißen. Na, dann machen wir es ganz einfach. So. Den Bau nicht möglich. Selbst dran schuld. Dann reisen wir das hier eben ein Stückchen ab. Ich fand halt nur, dass es komisch aussieht. So. Und dann muss ich irgendwie... ...mit dem Bahnhof dann auf das Gleis... Das gibt nachher Gewurschtel. Wenn ich wirklich den Bahnhof mal voll benutze, dann gibt das wirklich Gewurschtel. Upsala. Aber ich denke, ich werde dann... ...mit dem neuen hier das Gleis verwenden. Aber das ist dann Zukunftsmusik. Jetzt erstmal in nächster Folge gucken, welchen Zug ich in Betrieb nehme. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020